Hallo liebe Kinder meiner dritten Klasse. Ich hatte gestern in der Schule richtig viel Verstärkung. Idefix und Joya haben mich begleitet und natürlich haben wir uns auch erst mal im Garten umgesehen, wo wir ja bald auch ganz viel arbeiten werden. Also Idefix hat den Garten für sehr gut befunden und möchte auch gerne dabei sein, wenn wir draußen was zu tun haben. Ja, Joya hat es sich lieber im Klassenraum auf der Decke gemütlich gemacht. Ja, und ich habe auch für die nächsten drei Wochen eine ganz liebe menschliche Hilfe in der Schule. Eine angehende Waldorflehrerin, das hatte ich euch ja schon erzählt. Und dank ihr konnten wir heute alle Lernpakete packen und auf den Weg zu euch bringen. Die meisten von euch haben deshalb gestern schon alles direkt bekommen. Ein neues Heft mit Rechenkästchen, denn bei einigen Kindern war das Heft schon recht voll. Dann endlich das Vorhang auf Heft über die Handwerker. Da könnt ihr nicht nur nach unserer Handwerker-Epoche vieles wiederfinden, was ihr gelernt habt. Es gibt auch noch ganz viel Neues, Schönes zu lesen, basteln und zu entdecken. Und damit wünsche ich euch auch ganz viel Freude in den nächsten Tagen. Auch eine kleine Aufgabe daraus. Finde mindestens einen weiteren Zungenbrecher in dem Heft und übe ihn. Ja, neu ist auch in diesem Lernpaket das kleine Heft mit dem Erdmännchen. Das ist auch ein Heft, in dem ihr ein bisschen wiederholen und üben sollt. Für heute macht ihr bitte eine Seite Kopfrechnen, die Seite 2. Und übt nochmal das halbschriftliche Rechnen auf den Seiten 11 und 19. Da werden zwei Hunderter-Zahlen, also dreistellige Zahlen, entweder zusammengezählt oder die eine von der anderen abgezogen. Plus und Minus und und weniger. Ihr dürft überhaupt in diesem Heft zwischen Seite 7 und Seite 24 so frei arbeiten und üben, wie ihr möchtet. Und das finde ich auch ganz wichtig, denn manche Kinder machen ja gerne etwas mehr und freuen sich dann auch über die Aufgaben. Und andere teilen sich das ein bisschen ein. Da könnt ihr ganz frei drin arbeiten, zwischen Seite 7 und Seite 24. Morgen gibt es dann ganz viel Neues. Wir machen auch Filme bei uns im Klassenraum und das werdet ihr dann sehen. Ja, mit diesem Lernpaket, der Vorhang auf Zeitschrift und dem Erdmännchenheft seid ihr heute erstmal, glaube ich, ganz gut beschäftigt. Und ich freue mich drauf, wenn es morgen einige neue Dinge gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen.